Okay, mit ihm und zwei weiteren DJs gründeten sie das DJs Project. Die Schein-Erfolge lesen auch nicht lange, ob es es war, aber mit Songs wie Power-Ein. Dann war es ein bisschen Rühler im DJs Project bis 2008. 2008 hat er sich nämlich zu seinem Comeback entschlossen, worüber wir natürlich hier total glücklich sind. Immer an meiner Seite ist die Tänzerin Irina und ich sage Bühne frei für DJs Project! Hallo, Berlín! Guten Abend, hallo! Come on, everybody! Woo! Woo! Das ist der Tod. Da, was ey, dice! nego Ver, weiß, wie bei der Luft germepreche ist? Muhinde,nesota Klei,amos einen Instrument aufzool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017